Und damit begrüße ich euch herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Assassin's Creed Revelations und zwar machen wir in der Hauptstory weiter. Alles ist hier. Also, was nun? Ihr bekommt Zugang zum Arsenal. Wenn ihr zufrieden seid, wird die Fracht an einen beliebigen Ort eurer Wahl geliefert. Sind eure Männer bereit für die Reise? Aber natürlich. Uli Kalla, ich lasse eine Karte für euch anfertigen. Sind wir aus demselben Grund hier? Einer meiner Männer sah die Ankunft einer Ladung Waffen im Arsenal. Das machte mich neugierig. Waffen? Die würde ich mir gern selbst ansehen. Falls ihr nicht alle umbringt, weiß ich nicht, wie ihr hineinkommen wollt. Ihr wurde zweimal gewarnt. Keine Händler an den Mauern des Arsenals. Schafft das fort. Ihr Heuchler! Würden eure Männer nicht bei mir kaufen, wäre ich nicht hier. Ihr seid schlimmer als die Byzantiner, Verräter! Hüte deine Zunge, Parasit! Selbst in Friedenszeiten werden die Armen immer unterdrückt. Wenn wir ihnen ein Ventil für ihren Ärger geben, könnte das unserer Sache dienen. Nochmal, das Tor des Arsenals. Tariq hat einen Mann namens Manuel in das Arsenal geschickt. Zetteln sie einen Aufstand an, um die Wachen abzulenken und sich Zugang zu verschaffen. Volle Synchronisation. Mindestens 40 Aufständische müssen überleben. Solidarität vortäuschen für die eigenen Ziele. Es ist nicht schön. Einwohner von Konstantinopel. Die Janitscharen sind kurz... Nieder mit euch! Er weiß, dass ihr für ihn betet und erinnert euch daran, eure Bürgerpflicht. Herr G. Gutes Volk von Istanbul. Die Janitscharen arbeiten gegen euch. Lasst euch das nicht... Nicht schwer! Es steht eine besaunende... Schannen wir euch! Ihre Räder! Nieder mit euch! Zurück, Bürger! Das geht euch nicht, euch nicht ein. Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Eben, bevor dieser... Dings dich, dieses schwarze Bild nicht da war... Solidarität vortäuschen für die eigenen Ziele. Was für ein Ehrenmann! Hm. Hm. Es ist nicht schön, ich weiß. Doch es wird klappen. Oder gar weiß, wo man sie finden kann. Ihr werdet bitte persönlich... Ja, Gott. Einwohner von Konstantinopel. Die Janitscharen sind geholfen zu handeln. Sie stehen, Gesetze des Diebern behalten. Und beschmutzen das Ansehen unseres Sultats. Männer und Frauen! Hört mich an! Ihr habt nichts Unrechtes getan! Und zwar ein bestimmtes Ehloter Schirm, Kapitän aus Torel. Und unworksam! Oh, welch! Los... Gutes Volk von Istanbul! Die Janitscharen arbeiten gegen Euch! Lasst Euch das nicht gefallen! Kann es... Das Tor wird nicht lange geschlossen bleiben. Die Leute tun euch einen Gefallen, Ezio. Erwidert ihn und bewahrt sie vor Schaden. Die Leute tun euch einen Gefallen. Die Leute tun euch einen Gefallen. Ah, ich brauch mal... Was war wohl im Zimmer? Hört, hört! Nieder mit dir! Zurück in eure Leerseite! Ja, weiter so! Ja, Max! Weiter so! Hört, hört! Das war fantastisch! Ja, mein Freund! Gut gemacht, ganz toll! Sehr gut! Gut gemacht! Ja, mein Freund! 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 wearing dej Dad! Ja, ich bin Tony! Ihr suche is neighborhood! Ja, mein Freund! Ja, ich bin Tony! Ja, ich bin Kevin! Die Tür! Scheiße, es dürfen nicht weniger als 40 Aufständische sein. Und ich habe genau 39. Arsenaleinbruch. Das Tor des Arsenals wurde durch den Aufstand zerstört. Finden Sie nun den Grund für Manuels Besuch heraus. Volle Synchro, einen Luftattentat von einer Seilrutsche aus verüben. Das Tor des Arsenals wurde durch den Aufstand zerstört. Das Tor des Arsenals wurde durch den Aufstand zerstört. Der Dräntgen ... Man sollte den nicht erlassen. Der kann uns nicht weglaufen! Rattenloch! Könnt ihr nicht schwimmen? Klappe halten oder stirbst. Klingt doch auch nach nem Kompromiss, ne? Oh Gott! Jetzt bin ich komplett runtergefallen. Oh! Der ist laut, ne? Statt da heimlich Atentat schieße ich hier rauf mit dem Wahnsinn, Digga! Ah, da ist er langgegangen. Was haben wir denn hier? Oh! Oh! Eins von zehn Seiten! Oh! 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 Und prepos Cera! Acut! Du ja jetzt! Nee! Ich bass! Entschuldigung! Post. haben wir doch eine volle synchro gekriegt heilige scheiße ich würde sagen das arsenal ist überrannt ne oh ja es wird richtig ärger geben einmal kurz heilen ja und damit ist es auch beendet dann bedanke ich mich bei euch dass ihr eingeschaltet habt und sage bis zum nächsten mal bei es ist das mit revelations in der video beschreibung findet ihr in der video beschreibung findet ihr den link zu unserem discord wir würden uns auch sehr freuen wenn ihr da auch vorbeischaut und dann sage ich bis zum nächsten mal und bis dann abonniere